Dr. Matthias Riedl, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungs-Doc und Elisabeth Jessen. Willkommen bei Folge 28 unseres Funke-Podcasts. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin Elisabeth Jessen und habe wie immer bei mir zu Gast Dr. Matthias Riedl. Herzlich willkommen. Ich muss ihn eigentlich nicht vorstellen, aber Herr Riedl ist ja bekannt als Ernährungs-Doc aus dem Fernsehen. Er ist Ernährungsmediziner, Internist, Diabetologe, ärztlicher Direktor des Medikums in Hamburg und einer der, ja, oder der Ernährungspapst in Deutschland, würde ich mal sagen. Ich freue mich sehr über seine Expertise, die er uns hier immer zur Verfügung stellt. Wir wollen heute mal über Zahngesundheit reden. Und ja, eigentlich hätte ich vielleicht einen Zahnarzt einladen müssen, aber Herr Riedl, Sie fühlen sich ja auch für Zahngesundheit zuständig. Und Zahngesundheit hat ja ganz viel mit Ernährung zu tun. Und darüber wollen wir heute mal reden. Dass Zucker und Rauchen nicht gesund sind für die Zähne, das wissen wir alle. Aber was man tun kann, um die Zähne gesund zu halten und warum auch das Zahnfleisch eine ganz wichtige Rolle spielt, darüber wollen wir heute reden. Und natürlich haben wir wieder einen Ernährungsmythos. Und zwar der heutige ist die Frage, scharfes Essen ist gut gegen Bakterien. Stimmt das oder stimmt es nicht? Und natürlich haben wir zum Abschluss noch ein schönes Rezept. Ja, Herr Dr. Riedl, warum sind Sie denn zuständig für die Zähne? Oder fühlen Sie sich berufen? Ja, also aus zweierlei Gründen. Ich bin ja Diabetologe und ich bin Ernährungsmediziner. Und vor 15 Jahren, da haben wir im Medikum Hamburg eine Parodontologin gebeten, mit Bestandteil der Praxis zu werden. Und da haben dann Kollegen zu mir gesagt, sag mal, was machst du denn da für einen Gemischtwarenladen? Verkaufst du bald auch noch Trikotagen oder so? Was hat denn tatsächlich die Parodontologie, also die Lehre für das gesunde Zahnfleisch, für das gesunde Zahnfleisch? Was hat das denn mit der Diabetologie zu tun? Und später stellte sich dann noch sehr, sehr rasch heraus, das hat auch eine Menge mit der Ernährungsmedizin zu tun. Und so war das eine super Ergänzung. Der Hintergrund ist einfach der, dass die Diabetiker eine besonders hohe Rate an Erkrankungen des Zahnfleisches haben. Wir gehen davon aus, dass 70 Prozent der Diabetiker eine Erkrankung des Zahnfleisches haben, von leichter Entzündung bis hin zur richtigen schweren Entzündung. Das ist das eine. Und wir wissen tatsächlich, dass eine Zahnfleischentzündung tatsächlich das Leben verkürzt, drastisch sogar. Und wir wissen, und das hat sich zunehmend jetzt mehr herausgestellt, dass die Ernährung tatsächlich der entscheidende Faktor ist, die Parodontitis wegzubekommen. Und das hat man vor 15 Jahren noch nicht gewusst. Ich auch in der Stärke nicht. Aber wir haben es dann auch wiederholt eingesetzt und haben festgestellt, dass Patienten, die eine schwere Parodontitis hatten, wo die Zahnärzte gesagt haben, ich kriege sie nicht weg, dass wir sie nach einem halben Jahr mit der richtigen Ernährung komplett zum Abheilen gebracht haben. Und das ist wie so häufig in der Ernährungsmedizin. Da sagen auch viele Kritiker, die sagen, ja Moment, wo sind die Studien, wo sind die Studien? Manchmal haben wir am Anfang noch nicht die Studien. Wir wissen aber den theoretischen Hintergrund und darüber wollen wir heute reden. Und wir wissen, dass wir das versuchen können, weil wir den theoretischen Hintergrund damit beeinflussen. Und dann machen wir das, weil Lebensmittel einzusetzen ist nicht wie Medikamente. Und wenn wir dann Erfolg haben, dann kommen manchmal die Studien erst hinterher. Und da bin ich insbesondere Professor Wölber aus Freiburg sehr dankbar. Der hat also mit enormem Engagement von der Uni Freiburg, hat er diesen Bereich beforscht. Und tatsächlich, von ihm kommt der Satz, der mich natürlich als Ernährungsmediziner besonders freut, der sagt, ohne eure Ernährungsmedizin kriegen wir die Parodontitis, die Zahnfleischentzündung nicht weg. Und das ist natürlich so viel Rückenwind, so viel Liebe, sag ich mal, kriegen wir von keiner anderen Fachrichtung. Es ist so tatsächlich, und das kriege ich leider immer noch mit, dass viele Fachgesellschaften sich auf den Schlips getreten fühlen. Wenn wir als Ernährungsmediziner kommen, sagen wir mal, wir haben unseren Beitrag auch für euch. Wir können euch helfen. Und dann kriege ich häufig, bei Rheumatologen ist das ganz ausgeprägt, das ist am ausgeprägtesten. Da kriege ich häufig die Vorwürfe, Moment, 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 hier wird sich überhaupt nicht eingemischt. Und jetzt kommen die Patienten hier auch noch und wollen das mit Ernährung machen. Wir haben nie gesagt, wir wollen es nur mit Ernährung machen. Aber es ist auch der Wunsch der Patienten, etwas selber zu tun. Und das freut mich einfach besonders. Die Zahnärzte, insbesondere die Parodontologen, die sind tatsächlich vehemente Unterstützer der Ernährungstherapie. Und tatsächlich kriegen wir mit der richtigen Ernährung die Parodontitis weg. Aber gleichzeitig heißt es natürlich auch, die falsche Ernährung und die falsche Lebensweise führen zu dieser folgenschweren Erkrankung, die leider sehr weit verbreitet ist. Jetzt haben Sie ja sehr oft das Zahnfleisch abgehoben. Ich würde gerne mal bei den Zähnen anfangen. Also es ist ja bekannt, Zucker und natürlich auch fehlendes Zähneputzen schädigen die Zähne. Ich meine aber, mich zu erinnern, dass Karies bei Kindern abnimmt und nicht zunimmt. Ja. Also da ist ja was passiert schon mal. Ja, genau. Ganz toll. Also tatsächlich ist Karies, das haben wir relativ gut im Griff. Das war in meiner Jugend noch anders. Da hatten eigentlich alle irgendwas an den Zähnen. Das liegt an der Fluorbehandlung auf der einen Seite. Ja, aber auch am Zähneputzen. Am Zähneputzen. Und tatsächlich an der, muss man sagen, tollen Arbeit der Zahnärzte, die sich darum kümmern und Zahnreinigung. Und tatsächlich, dass wir nicht den Zucker so lange auf den Zähnen lassen dürfen. Wir essen ihn aber, oder die Kinder essen ihn, aber sie putzen ihn schneller wieder weg. Richtig, die putzen ihn schneller wieder weg. Und wir haben einfach gehärtete Zähne, fluorgehärtete Zähne und die sind dann, machen es weniger anfällig. Und es ist tatsächlich so, dass Karies eine Erkrankung der Neuzeit ist und während der Zuckerkonsum noch im 18. Jahrhundert bei ein Kilo pro Jahr lag, liegt das heute bei über 30 Kilo. Im Jahr. Ja, genau. Und mit diesem Anstieg des Blutzuckers, mit dem Anstieg des Zuckerverbrauchs, ist Adipositas, also Übergewicht hochgegangen, Karies entstand, Zahnfleischentzündung entstand. Und interessant ist auch tatsächlich, dass in der alten Zeit, also jetzt vor 100, 200 Jahren, tatsächlich Karies dann häufiger auch eine Erkrankung der Reicheren war. Ja, die konnten sich den Zucker und das so leisten. Die Pralinen meinten es gut mit ihren Kindern und da haben wir tatsächlich sogar, es gibt tatsächlich Untersuchungen, bei denen die Eltern ihre Kinder so schlecht ernährt haben, auch zur Zeit des 30. Kriegs, da wurden die gar nicht rausgelassen, weil es da draußen von Gesindeln nur so wimmelte. Und dann kriegten die Rachitis durch den Sonnenmangel, die kriegten Skorbut, weil sie ihnen gut, wie sie es meinten, Pralinen mitgebracht haben und die konnten sich das leisten. Das war was für Reiche und dadurch tatsächlich Skorbut und Karies bekommen haben. Das wissen wir aus Ausgrabungen, aus Gräbern. Aber heutzutage, dann ist Karies eben einfach eine Erkrankung, eine ernährungsbedingte Erkrankung geworden, hat Zahnschmelz angegriffen. Aber das haben wir relativ gut im Griff, das haben auch alle verstanden. Zähne, Karies, ja. Aber was noch nicht so... Was macht denn dann das Zahnfleisch so kaputt und so schadhaft? Ja, genau, genau. Das muss man vielleicht auch erklären. Und da hat auch die Uni Freiburg den tollen Versuch gemacht. Die hat die Leute wieder zurückversetzt in eine mittelalterliche Situation. Die durften sich ja nicht mehr die Zähne putzen. Die haben dann so ein bisschen Mittelalteressen gekriegt mit viel Fasern und so weiter. Und tatsächlich hatten die nach einigen Wochen tatsächlich ein Zahnbelag. Ja, das haben auch Naturvölker. Aber dieser Zahnbelag unterschied sich durch die sehr faserreiche, gemüsereiche Ernährung total von dem Zahnbelag, den wir heute haben mit dem vielen Zucker. Zucker macht diese Zahnbeläge zu einer toxischen, aggressiven Mischung. Und dieser Zahnbelag ist sozusagen der Herd für Entzündungen, die auf das Zahnfleisch übergreifen. Und dann kommt es sozusagen unter Mithilfe dieses Zuckers zu einer Entzündung des Zahnfleisches. Und dann gerät diese Entzündung außer Rand und Band. Und dann ist es das, was wir bei den Menschen kennen aus der Zahnfleischentzündung, die erstmal nur so ein bisschen blutet und ein bisschen Rötung zeigt und man ein bisschen drauf drückt, tut es weh. Die geht tiefer, bis die Zähne anfangen zu wackeln. Und manchmal können sie gerettet werden, manchmal aber eben nicht. Und da muss man tatsächlich früher rein. Und diese Entzündung hat aber einen Einfluss auf den gesamten Körper. Genau, die Entzündung hat dann auch einen Einfluss auf den gesamten Körper. Und wir wissen, dass das entzündete Zahnfleisch einfach das Risiko, Diabetes zu bekommen, erhöht. Das Risiko, Rheuma zu bekommen, erhöht. Das Risiko für Arterienverkalkung, für Schlaganfall. Ja, sogar eine Frühgeburtlichkeit bei Müttern und auch ein Risiko, eine pH-Gestose. Das ist also eine Blutdruck, eine gefährliche Blutdruck-Leber-Komplikation im Rahmen der Schwangerschaft. Dass das Risiko dafür erhöht wird. Und das weiß man schon lange. Also man weiß das schon lange, dass eine Parodontitis nicht nur zum Zahnverlust führt, sondern auch das Leben verkürzt dadurch. Weil wenn man so sagt, Arterienverkalkung, Krebs auch übrigens, Rheuma. Aber es ist sozusagen für den Körper ein Entzündungsschub. Und interessant ist ja, dass alle diese Krankheiten, die ich gerade genannt habe, auch zum Teil etwas mit Entzündung zu tun haben. Und es ist sozusagen ein Unruheherd im Körper, der den Körper dazu bringt, ein erhöhtes Inflammations-Entzündungsniveau zu haben. Und das schädigt den Körper. Und eine Episode vielleicht am Rande, das habe ich aus einem amerikanischen Diabetes-Kongress vor einigen Jahren. Und die Amerikaner haben auch noch ein ganz besonderes Beispiel. Also zwei tolle Beispiele. Einmal hat George Washington auch Parodontitis gehabt, sogar sehr sprüh und hat alle Zähne verloren. Und die Bilder, die wir von ihm so kennen, ist dieses Porträt, George Washington, ich glaube Dollarnote ist es. Da hat man ihm Baumwolle in die Backen gestopft. Damit das nicht einfällt. Ja, Kinderhau. Ja, man kennt das. So Menschen, die keine Zähne mehr haben, die haben einen eingefallen Mund. Und George Washington guckt in diesem Porträtbild mit Watte im Mund sozusagen, damit er noch einige... Und dann natürlich die Lippen zu. Und die Lippen zu, genau. Ramses III. hatte das auch. Es gibt schon eine gewisse klinetische Belastung, aber dann kommt die Ernährung dazu. Und in Amerika war es in den 70er, 60er, 70er Jahren mal üblich, tatsächlich vor der Eheschließung, es ist kaum zu glauben, ja. Aber vor der Eheschließung, weil man wusste, wie schädlich Zahnfleischentzündung ist, vor der Eheschließung sich die Zähne ziehen zu lassen. Weil nämlich amerikanische Gesundheitsversorgung und der Zusammenhang zwischen Krankheiten und Parodontitis war klar. Aber man hat natürlich die falschen Schlüsse draus gezogen. Also es hat sich nicht lange gehalten, aber man wollte die Ehe halt nicht belasten mit einem kaputten oder entzündeten Mund. Und es hat keine Schule gemacht, aber es war mal eine Zeit lang mal der neueste Schrei. Grausam. Ja, heutzutage versucht man ja wirklich, Zähne zu erhalten. Also ich kenne keinen Zahnarzt mehr, der einem lieber irgendwie einen Ersatz verkauft, als dass er sich nicht bemühen würde, den Zahn zu retten. Genau, das machen die Zahnärzte ganz super, finde ich auch ganz toll. Da wird ein Theater um jeden Zahn gemacht, weil jeder Zahn zu erhalten ist, ist halt wichtig. Die sollen unsere Nahrung kauen, richtig zerkleinern und nur richtig zerkleinerte Nahrung können wir dann auch richtig verdauen. Also Zähne. Und das ist auch das Problem ja, wenn wir alt werden und die Zähne sind abgenutzt oder fallen aus, dann haben wir im Altersheim nachher diese typische weiche Ernährung mit Pudding und Huchen. Und die alten Leute, die nicht mehr richtig kauen können, die meiden natürlich das, was man gut kauen kann. Und das ist eben auch Gemüse. Was ist denn der erste Weg? Wenn ich Zahnfleisch oder Zahnprobleme habe, gehe ich erst mal zum Zahnarzt. Ja, genau. Ja, also das ist der erste Schritt. Zahnarzt guckt, der röntgt das, wie tief ist das? Und er misst auch die Zahnfleischtaschentiefe, danach kann man sich erkundigen. Steckt da dann die Sonne da rein und wenn man zu tief reingeht, kommt, dann ist das schon bedenklich. Und wenn die Zähne wackeln, oha, dann ist meistens auch nicht mehr viel zu machen. Aber manche Zahnärzte leisten da wirklich noch Wunder. Das ist das eine. Manchmal ist eine Antibiotikatherapie indiziert, wo man versucht, diese Entzündung in den Griff zu kriegen. Natürlich eine Zahnreinigung. Also die Zahnärzte tun dann wirklich alles, um das in den Griff zu kriegen. Aber diese außer Rand und Band geratene Entzündung, die kriegt man häufig nicht mehr richtig eingefangen. Und das kriegt man manchmal auch mit Antibiotikum nicht mehr richtig hin. Und dann muss man an die Ernährung ran. Wie viele Leute, die zu Ihnen ins Medikum kommen, kommen mit solchen Zahnproblemen oder Zahnfleischproblemen? Ist das eher ein kleinerer Anteil? Also verschwindend gering, weil die Menschen nicht wissen, dass man in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin genau diese spezifische Hilfe bekommt. Ja, es ist sogar so, dass ich bestimmte Indikationen kenne, wo wir mit Ernährungstherapie was leisten können. Und ich weiß, die Patienten kommen nicht. Es ist sowieso, dass 90 Prozent unserer Patienten im Medikum Hamburg im Bereich der Ernährungsmedizin selbst zu weisen sind. Die werden gar nicht zugewiesen von den Ärzten. Es gibt einzelne Zahnärzte, die schicken die Patienten. Das ist toll, das ist fortschrittlich, das sollte so sein. Aber es ist immer noch so, dass es allgemein nicht bekannt ist. Und ich weiß, dass ein Fall, vor einigen Jahren habe ich den NDR gebeten, für die NDR Ernährungs-Dox-Folge, habe ich gesagt, ich möchte gerne eine Parodontitis betreuen, weil die kommen nicht zu uns, weil sie wissen das nicht. Und das wissen viele Zahnärzte ja auch nicht und viele Ärzte auch nicht. Ich habe einen Aufruf gemacht, hat sich tatsächlich dann auch eine gemeldet bei mir. Da hatte ich einen Vortrag in Ahrensburg und die kam zu mir und sagte, könnte man da vielleicht was tun? Da sage ich, Sie sind gekauft, Sie kommen in die nächste Sendung. Und es war auch so, diese Frau hatte zehn Jahre lang wirklich schlimmste Parodontitis. Die Zahnärzte konnten ihr nicht helfen. Man muss eins sagen, man muss nicht vergessen, Parodontitis ist eine starke psychische Bewegung. Es tut nicht nur weh, es schädigt nicht nur den ganzen Körper, sondern es ist Eiter. Es stinkt. Mundgeruch und das war natürlich für den Vater. Und die haben wir aufgenommen. Die hatte auch noch einen Diabetes. Und das ist auch so eine ganz typische Mischung. Parodontitis fördert Diabetes-Entstehung, Diabetes fördert Parodontitis und Parodontitis wiederum fördert Folgeschäden. Und wenn man die Parodontitis behandelt haben wird, die Blutzuckereinstellung besser. Weil diese Diabetesförderung von der Parodontitis auf den Diabetes fällt weg. Bei dieser Frau war es dann auch so, die Blutzuckerwerte wurden besser, der Diabetes wurde besser. Durch die Ernährungsumstellung und nach drei Monaten, muss man sagen, und sie hat wirklich zehn Jahre schwer gelitten. Nach drei Monaten kam sie, schrieb sie mir, Parodontitis ist fast weg und mein Diabetes ist deutlich besser. Und dann sagte sie noch was dazu und ich fühle mich so fit, körperlich, begeistert, wie noch nie. Sie gebrauchte den Vergleich wie als junges Mädchen. Und das ist natürlich so, sag ich mal, also mehr können wir gar nicht schaffen. Also das ist wirklich toll, ein super Beispiel. Und ich denke dann immer, ja, jetzt muss es eigentlich losgehen in Deutschland. Alle Parodontitis-Patienten suchen sich eine Ernährungsberatung. Also es sind immer noch Ausnahmen, das muss man einordnen. Aber ich weiß aus meinem Bekanntenkreis, dass es manche Freunde gibt, die haben immer wieder Probleme und andere berichten davon nie. Nicht, weil sie nichts erzählen, sondern ich glaube, weil sie es einfach nicht haben. Also man scheint schon eine gewisse Disposition zu haben, zu kriegen, oder? Es gibt eine genetische Disposition, die ist bei Rauchern nochmal ausgeprägter. Also Rauchen, also wenn man eine Disposition hat und raucht und Diabetes hat, also dann liegt man her bei 90 Prozent Zahnfleischproblemen. Also das ist dann maximal, mehr kann man fast gar nicht haben. Und wenn man da noch viel Zucker da drauf hat, dann müsste man eigentlich fast auf 100 Prozent kommen, weil der Zucker ist dann da nochmal wirklich ein Förderer. Das zeigen auch die Studien. Also der Zuckerkonsum um die Zähne herum macht den Biofilm, also diesen Zahnbelag, macht ihn toxischer. Und dadurch kriegt das Ganze richtig Tempo. Aber man kann da eben was tun. Und also der Zusammenhang auch zwischen dem Zuckerkonsum ist sehr, sehr deutlich. Und da müssen wir auch ran. Und das ist auch natürlich auch mein Appell natürlich sowieso. Artgerechte Ernährung hat eine Zuckerobergrenze, 50 Gramm. Ja, und am besten das im Rahmen der Mahlzeit und natürlich auch Zähneputzen. Kann auch jemand, der sich völlig optimal ernährt, wie ja viele das tun, aber viele natürlich auch nicht, kann jemand das dann verhindern oder kann das trotzdem kriegen, wenn er eben diese Disposition hat, diese genetische? Da kann es verhindern, ja. Da kann es tatsächlich verhindern, ja. Wenn er sich richtig ernährt, trotz Disposition, da zieht die Wahrscheinlichkeit dramatisch, dass er Zahnfleischentzündung. Also Zahnfleischreizung und so, ne? Also macht eine leichte Reizung, bis hin zu Entzünden. Vielen Dank. Und die Empfehlung gilt natürlich auch zweimal im Jahr zum Zahnarzt, zur Kontrolle. Und wenn man irgendwie ein Zahnfleischproblem hat, dann natürlich auch zwischendurch und es einfach rechtzeitig angehen. Richtig. Und wenn man so eine Parodontitis mal hatte, dann weiß man, ich bin empfindlich. Und es ist keine Kleinigkeit, weil diese Entzündungsbotenstoffe fluten ja den Körper und machen überall Ärger. Und im Extremfall können sie auch das Leben verkürzen. Herr Riedel, was kann man denn dann jetzt wirklich dagegen tun? Also, das ist ein wirklich weites Feld, weil es gibt viele, viele, viele Aktionen, die man da machen muss. Aber was die Zahnärzte lieben, sind Ballaststoffe. Ballaststoffe führen dazu, dass das Zahnfleisch gekräftigt wird und wir einen Speichelfluss bekommen. Und dieser Speichelfluss fördert dann eben auch die Zahnfleischgesundheit und die Zahngesundheit. Das ist so, das wirkt gegen Karies und das wirkt auch gegen Parodontitis. Das ist das eine. Das finden wir natürlich in Nüssen, Vollkornprodukten. Aber es geht auch in den Bereich der Mikronährstoffe, zum Beispiel, wenn wir Folsäuremangel haben. Das fördert wiederum eine Blutung von einer Zahnfleischentzündung. Wir wissen also, gucken gibt es irgendwo Mangelzustände. Und wir wissen auch, dass Omega-3-Fettsäuren diese außer Rand und Band geratene Entzündungssituation wieder eindämmen können. Da muss man gucken, ist der Körper damit ausreichend versorgt. Es kommt auf den Vitamin-D-Spiegel an auch und die Calciumzufuhr beispielsweise. Und da sind viele andere Faktoren wie sekundäre Pflanzenstoffe auch mit dabei beteiligt. Also Magnesium auch. Wir haben also ganz viele Nahrungsbestandteile, die haben einen total positiven Effekt auf die Parodontitis. Und dass ich sagen würde, wer von der Parodontitis betroffen ist, der sollte sich in die Behandlung einer Ernährungsberaterin begeben, die damit Erfahrung hat oder eine Schwerpunkt Praxis Ernährungsmedizin www.bdem.de. Da kann man solche Adressen finden. Oder er versucht es halt mit unserer MyFoodDoctor-App, um die Ernährung in Richtung artgerechte Ernährung richtig zu justieren. Das wäre sozusagen eine Eigenmaßnahme, die man machen könnte. Aber auch nochmal meine Bitte, nicht zögern, eine Profis aufzusuchen. Und da zahlt die Kasse eben auch noch seinen Anteil dazu. Da werden Anträge gestellt. Das ist das gute Recht als Patient. Und die Parodontitis ist tatsächlich eine klassische Indikation für eine Ernährungstherapie. Vielen Dank. Wir wollen uns um den heutigen Ernährungsmythos kümmern, nämlich, ich habe wieder eine Frage mitgebracht, scharfes Essen ist gut gegen Bakterien. Stimmt das oder ist das Nonsens? Ja, tatsächlich, also Chili hat schon eine gewisse bakterientötende Wirkung, aber nicht in den üblichen Mengen, wie wir es im Essen haben. Dafür würde das dann nicht ausreichen. Man kann eher die Wirkung von Chili dann damit beschreiben, dass wir sagen, es fördert ein bisschen unser Wohlbefinden, macht uns ein Stück weit glücklicher, wirkt anti-entzündlich und schmeckt gut, ja sowieso, und wirkt verdauungsfördernd. Also das sind gute Gründe, das im Essen zu haben, aber tatsächlich verdorbenes Essen dazu sagen, von Bakterien zu befreien, das kann es nicht. Okay, aber zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie nach Asien fährt oder Indien, da wird ja sehr gerne sehr scharf gekocht. Das muss ja auch was mit der Wärme zu tun haben und dass Lebensmittel vielleicht nicht ganz so gut haltbar sind. Ja, also in den Tropen schimmelt ja alles wahnsinnig schnell, das ist richtig und das kann ich jetzt nicht beschwören, aber ich habe mal gelesen, dass tatsächlich natürlich so ein leicht verdorbenes Essen mit Chili wieder genießbarer schmeckt. Und es ist ja so, dass die Menschen früher immer zum Frühstück gegessen haben, was abends übrig blieb. Das musste also die Nacht überdauern und da war natürlich dann eine gewisse bakterientötende Wirkung von scharfen Gewürzen durchaus günstig und hinterher schmeckte das am nächsten Tag immer noch ganz gut. Das ist also die klassische, so haben sich Menschen ernährt, wenn wir aufwachen, haben wir keinen Kühlschrank da, es ist das Essen von gestern da, das war auch bei den Urmenschen so, naja, dann haben wir erstmal gegessen, was da war. Das ist das Frühstück, das Urfrühstück von Menschen. Als meine Kinder noch zu Hause lebten, da musste ich immer das Essen vom Vorabend, was übrig blieb, verstecken, weil sonst wurde das nachts noch irgendwie gegessen. Wirklich? Ja, ja. So zwischen den Blumen, also zwischen den Kräutern, die dann draußen so standen oder immer noch stehen und das hat unser Sohn, der Jüngere bis zum Schluss nicht kapiert. Also der hat diesen Instinkt, dass man das Abendessen zum Frühstück und bei Essen. Absolut, ja, so ist das, oder wenn die vom Feiern kamen und so weiter. Ja, wie gelügsam, ne? Ja. Wir haben auch wieder mehrere Fragen von Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen bekommen. Stefanie hat gefragt, in vielen Bio-Kräutertees ist neuerdings Süßholz oder etwas namens Süßblätter beigemischt. Was ist von diesen Süßungsmitteln zu halten? Also Süßholz ist ja ein natürliches Lebensmittel, da macht man auch so Tees oder Lakritz, kann man herstellen. Es hat eine gewisse, ja, krampflösende Wirkung auf den Magen. Allerdings ist halt der Süßungsgrad, also eingeschränkt, es macht halt einen Geschmack da rein. Bei den Süßblättern ist wahrscheinlich Stevia gemeint. Stevia hat, Stevia-Glykoside haben eine gewisse Süßungskraft. Die können auch schon chemisch hergestellt werden. Aber auch da würde ich sagen, mit, sag ich mal, Süße sparsam umgehen. Fachgesellschaften empfehlen auch bei Stevia keinen uneingeschränkten Gebrauch, weil letztlich muss nicht immer alles so süß schmecken. Es soll toll schmecken, aber toll muss nicht immer gleich süß sein. Und Stevia muss man wirklich mögen. Und Süßholz schmeckt wahrscheinlich immer nach Lakritz, oder? Das muss man auch mögen. Also man muss es mögen. Ich habe jetzt wenig Erfahrung mit Süßholz tatsächlich. Aber Stevia mag ich auch nicht. Also tatsächlich, ich schmecke die verschiedenen Süßungsarten, schmecken alle unterschiedlich. Und ich merke den Unterschied. Ich mag es eigentlich nicht. Aber das muss jeder selber gucken. Claudia hat uns geschrieben, also zwei Fragen. Kann ich meinen Kindern sieben und neun Jahre alt veganes Omega-3 geben? Wenn ja, wie dosiert? Also erstmal, tatsächlich ist Omega-3, wenn wir es vom Fisch her bekommen oder von der Alge, eigentlich immer veganen Ursprungs, weil die Fische kriegen sie aus den Algen. Also jetzt, wenn bei solchen Nahrungsergänzungsmitteln. Wir haben auch Omega-3-haltiges Gemüse, wie zum Beispiel die Brunnenkresse. Er ist Omega-3-haltig und damit auch ein sehr gesundes Gemüse. Ja, natürlich ist die richtige Omega-3-Menge bei uns in der Gesellschaft zum Seltenheitswert geworden. Und Kinder brauchen das halt zum Wachsen. Es könnte durchaus bei Schwangeren auch die Neigung zu Allergien bei den Kindern verringern. Also nicht, dass die Eltern eine Allergie gegen Kinder haben, sondern dass die Kinder später weniger Allergie haben. Aber ich würde nicht supplementieren bei Kindern, ohne den Omega-3-Wert gemessen zu haben. Und überhaupt ist ja die grundsätzliche Empfehlung, wenn wir was supplementieren, immer mal messen. Sonst packe ich was drauf und vielleicht gar nichts fehlt. So ist es. Und ich bringe dem Kind bei, du brauchst Nahrungsergänzungsmittel und es werden Milliarden dafür ausgegeben. Wir müssen unseren Fokus darauf wenden, uns gesund zu ernähren. Und das müssen Kinder lernen. Und sie müssen nicht lernen, Nahrungsergänzungsmittel auszuwählen. Und damit zieht man sie zu Pillenschluckern herein. Also Omega-3-Fettgehalt messen. Und ich würde das tatsächlich, wenn es zu niedrig ist, bei meinen Kindern auch substituieren. Nach dem aktuellen Wissensstand würde ich das tatsächlich machen. Und dann kann man natürlich auch gerne Algenöl nehmen. Das ist völlig richtig. Cornelia hat uns geschrieben, sie hatte eine Frage zu Magnesium und Vitamin D. Sollen Jugendliche ebenfalls Vitamin D in Kombination mit Magnesium einnehmen? Also, auch da wieder messen, ist der Vitamin D Haushalt in Ordnung. Und nur, wenn er niedrig ist, dann tatsächlich substituieren. Nicht blind substituieren, vielleicht ist die Vitamin D-Versorgung des Kindes gut. Eine Überdosierung dieses fettlöslichen Hormons kann gesundheitliche Schäden verursachen. Also auch da ganz besonders vorsichtig sein, Vitamin D-Spiegel messen. Was ist in der Kombination mit Magnesium? Auch da würde ich vorsichtig sein, auch dort messen und mich erst beraten lassen. Im individuellen Fall ist es richtig, dass die Knochengesundheit vom Vitamin D, vom Calcium, aber auch vom Magnesium abhängt. Das ist richtig. Aber wir haben ja Magnesium zum Beispiel in Nüssen und in Samen auch drin. Und wenn wir das darüber den Kindern geben, dann kriegen sie noch viele, viele andere tolle Substanzen. Aber die Zusatzfrage von Cornelius ist, unser Sohn ist 13 Jahre alt und man kann ihm beim Wachsen zusehen. Er klagt oft über Beinschmerzen, was vermutlich Wachstumsschmerzen sind. Ist es ratsam, in dem Fall sowieso Magnesium zu verabreichen? Und wenn ja, welche Art und in welcher Dosierung? Also Wachstumsschmerzen werden ja von vielen Ärzten kritisch gesehen. Orthopäden sagen, das gibt es nicht. Und viele Kinderärzte sagen auch, Wachstumsschmerzen in dem Sinne gibt es nicht. Aber alle Eltern werden sagen, doch, das hatte mein Kind auch mal. Genau, das tut mal was weh, ja. Aber wenn der Körper wächst, dann verursacht es eigentlich keine Schmerzen. Das können auch mal Imbalancen sein im Skelett oder Sehnen oder Muskelsystemen. Aber nicht direkt halt durchs Wachsen. Aber jetzt die Frage, soll ich meinem Kind Magnesium geben gegen Beschwerden? Wenn die Beschwerden wirklich dauerhaft bestehen, dann würde ich tatsächlich einen Orthopäden mal aufsuchen und ihn um Rat fragen. Vielleicht gibt es Achsveränderungen in den Beinen, dass die Beine nicht ganz gerade sind. Und dann ist es immer gut, wenn man es rechtzeitig erkennt. Aber so in der, sage ich mal, Eigendiagnose, meinen Kindern Magnesium zu geben, lieber gesund ernähren und abwechslungsreich, das würde ich eher nicht machen. Und wenn, dann kann man also Magnesiumcitrat geben, in der Form ist es relativ, oder Magnesiumglycinat, da ist es relativ gut verfügbar. Aber es kann auch Durchfall machen. Und ich wäre damit eher vorsichtig und gucken, woran liegen diese Beschwerden. Aber das Wachstum normalerweise macht keine Beschwerden. Vielen Dank. Wir werden natürlich weiter in jeder Folge Fragen beantworten. Wir sammeln die auch ganz zuverlässig. Es dauert halt nur ein bisschen, bis wir sie alle abgearbeitet haben. Darum bitten wir beide um Verständnis. Und Herr Riedel, ohne Rezept wollen wir unsere Podcast-Gemeinde auch nicht ziehen lassen. Was haben Sie uns denn heute für das mitgebracht? Ja, also ich habe heute, wir haben ja auch jetzt mitgekriegt, Ballaststoffe sind total wichtig, gesund für die Zähne, nicht nur gegen Karies, sondern auch gegen Parodontitis wirksam. Und da habe ich ein Rezept aus meinem Buch, ist dich gesund, mitgebracht. Und viele haben ja schon von mir gehört, vegetarische Brotaufstriche, so vom Laden, sind häufig mit Palmöl versetzt. Und ich zeige jetzt mal, dass es auch wirklich gesünder geht und besser geht. Und auch gleichzeitig noch Ballaststoffe bietet, wie zum Beispiel hier dieser Pistazien-Frischkäse-Creme. Total lecker. Und wir haben dann für die Kinder oder auch für uns selber, haben wir dann noch Nüsse mit dabei. Also Pistazien und Nüsse sind ja super Ballaststoff- und Magnesium-Lieferanten. Das haben wir eben auch gerade gehört, wie wichtig das auch sein kann, auch für die Knochengesundheit. Und es ist garantiert Palmfett-frei. Und Palmfett ist ein schlechtes Fett und auch für unsere Gesundheit nicht gut, abgesehen davon, dass es die Orang-Utans nicht mögen, wenn man ihre Wälder zerstört. Einfach mal ausprobieren, hält sich auch ein paar Tage. Ganz toll, Zwiebeln bringen noch Würze rein, Fischkäse, Kräutersalz, Pfeffer dazu, bisschen Basilikum obendrauf. Das ist total lecker und wer mag, auch nochmal Dill dazu. Ich liebe Dill. Und damit hat man sozusagen eine ganze Bandbreite. Es ist viel besser als das Fertig-Vorgerichtete aus dem Supermarkt. Ich sehe gerade das Rezept hier, es sieht sehr, sehr lecker aus. Man möchte sofort rein stippen und das Essen, es ist wirklich, ja und es ist schnell gemacht. Und es ist jetzt keine Ausrede, die wir gelten lassen, dass man das nicht selber machen kann. Nie, das geht richtig fix-fax. Genau, das ist mir sowieso immer wichtig, dass wir keine komplizierten Rezepte hier verteilen, sondern das einfach schnell nachgemacht werden kann und dass es auch nicht darauf ankommt, ob es dann 60 Gramm oder 70 oder 80 sind, sondern das macht man so ein bisschen aus der Hand. Für Leute, die unbedingt ein Rezept brauchen, die können das ganz grammgenau machen, aber ich mache das immer eher so aus der Lammeng. Nach Laune und wenn man merkt, tatsächlich der Geschmack gefällt mir, Dill kommt bei der Familie gut an, dann machen wir das nächste Mal noch ein bisschen mehr Dill rein. Also die Familie mitentscheiden lassen und vor allen Dingen, wer Kinder hat, die einfach mit einbeziehen und vielleicht sowas mit denen zusammen machen vor dem Abendessen. Dann schmeckt es ihnen viel besser. So ist es, wenn sie es selber gemacht haben. Genau, so ist es. Also der ist nicht gesund, da sind auch noch mehr Beispiele, wie man sich nicht nur gesund ernähren kann, um gesund zu bleiben und auch gesund zu werden. Ja, und nicht vergessen, immer zum Zahnarzt gehen, regelmäßig Zahnreinigung, dann hat man vielleicht ein bisschen weniger Probleme oder nicht so früh oder nicht so schlimme. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört, zugeschaut habt und sehen uns bei der nächsten Folge und sind auf allen gängigen Plattformen abzurufen, auch unsere sonstigen Folgen, die wir schon gemacht haben und freuen uns über die netten Mails und Kommentare, die wir kriegen. Vielen Dank. Und die tollen Fragen, also die Fragen haben es wirklich in sich. Manchmal muss ich sogar richtig nachdenken und ab und zu sogar mal nachgucken. Also die Fragen haben sich in der Qualität noch so gesteigert. Ich muss wirklich sagen, alle Achtung, wir haben wirklich wissende Zuhörer und Zuschauer. Ja, danke dafür und es hat mir Spaß gemacht, es macht mir immer mehr Spaß, tatsächlich auch mit solchen interessierten Zuhörern und Zuhörerinnen. Also ich fand es toll und ich hoffe, wir haben was für eure Gesundheit tun können. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke. Die nächste Folge vom Ernährungs-Doc hören Sie am Montag in zwei Wochen. Untertitelung des ZDF, 2020